Der Remesh Modifier hilft uns dabei mit sehr wenig Aufwand eine neue Mesh-Topologie, die ausschließlich aus Quads besteht, zu erzeugen. Dabei stehen uns drei Modi zur Verfügung. Sharp, Smooth und Blocks. Bei Sharp wird das Objekt scharfkantig angezeigt, während bei Smooth die Kanten weich dargestellt werden. Bei Blocks wird das Objekt nur in Blöcken ausgegeben, was einen starken Treppeneffekt erzeugt. Mit Octree Depth wird die Auflösung der Ausgabe eingestellt. Umso niedriger der Wert ist, desto weniger Flächen werden erzeugt, um das Objekt darzustellen. Mit Scale können wir einstellen, wie groß dann diese Flächen sein sollen. Bei dem Mode Sharp können wir unter Shapeness noch einstellen, wie scharf die Kanten dargestellt werden sollen. Mit Smooth Shading wird die Schattierung geglättet dargestellt, anstatt flach. Mit Remove Disconnect Pieces werden alle kleinen, nicht mit dem Objekt verbundenen Teile am Ende rausgefiltert. Mit Threshold geben wir an, wie weit ein abgetrennter Teilbereich sein muss, um betroffen zu sein.